So, da befinden wir uns wieder in Let's Play Together, ich kann's schon langsam nicht mehr sagen. Doch, sag es. Kirby's Fun Pack mit Henning, dem lieben damaligen Ersteller. Ja, und ich hab immer noch gute Laune, nicht so wie hier der andere. Weil wir den Scheiß jetzt schon zum dritten Mal machen müssen. Der Lumpf, ja. Das machen wir jetzt schon zum dritten Mal. Diesmal nimmt das wenigstens auf. So, wenn jetzt nichts passt. Beim ersten Mal hatten wir keinen Ton. Beim zweiten Mal hatten wir kein Video, aber dafür Ton. Ja. Hätten wir einfach hochladen sollen, ohne Ton. Ja, super. Ja, super. Hätten wir auch was von gehabt. Ja, klar. Etwa so die Animation malen können, sind wir auch gewesen. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall dicke Prost in dem Spiel. Ja. Na gut, wir haben ja erst die ersten beiden Level so ein bisschen gespielt. So, wir spielen einfach gleich genau wieder bis zu der Stelle, wo wir gerade auch gestorben sind. So, was gab's hier nochmal drin? Ach ja, den Waddle-Lieder. Ach ja, den Puma-Wang und Knufen. Du hast ja im Mund durchgekommen. Wieso gibst du ja auch vorgekautes Zeug? Der Pater war so cool. Da war so viel deine Mama drin. Ey. Da fiel wir nicht mehr drüber. Nie wieder? Ja, nie wieder. Und meine Mama ist jetzt gestorben. Die ist im Urlaub. Ach ja, genau. Du bist gestorben. Jetzt bin ich mal gestorben. Ach ja, komm. Ach ja. Den will ich haben. Ach, schade, ich war den Typen. Scheiße. Es könnte eine große. Schlitz. Und Schlitz. Aber ich stehe genau in den drin und ich hab gar keine... Hä? Jetzt hab ich mich selbst getötet. Ich muss mich mit den Bombentypen erschaffen. Ach ja. Da oben ist auch noch ein neuer. Du hast erst eben ja... Ja, 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 genau. Boah, ich hast ja den Typen in mir. Aber irgendwie ist das auch cool. Wieso gibt es doch immer Bombenwetter? Das ist eine fetzige Stimmung. Komm, knuf mich. Ach, lecker, Frau. Kaute Kuchen und... Richtig lecker. Boah, wer ist ein Bomben? Auah. Echt das? Nein, kannst du gar nicht. Ich geb keinen Friend in die Feier hier. Ach, schade. Ich hab auch wieder die Bezahlung geschmeckt. Das ist ekelig, oder? Oah, ins Maul. Weh, das klappt diesmal nicht. Dann krieg ich aber... ... soviel das. Ich dachte, das hast du schon. Klar. Und Tripper. Und Tripper. Und soviel Tripp. Komm, ich will noch mal ne Runde knufen. Komm mit. Boah, ich bin sogar durchgekommen. Hmm, lecker Apfel oder Tomate. Die ist doch Maxi-Tomate. Da war aber kein M drauf. Ja klar, Maxi-Tomate, also heißt die Apfel. Da war kein M drauf, wie lag Affen im Kopf. Ist mir doch egal. Bäm, Spam, 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 Spam. Ich glaube, wir rushen jetzt hier einfach nochmal los. Und er ist tot. Ein Tot. Ein Tot. Und er weint. Und jetzt wieder der Freestyle von mir alleine. Ja, voll Hip-Hop. Und Hauptsache, wie du da rumpüppelst. Guck mal, ab und zu. Hab ich mal Hände und auf einmal wieder nicht. Wie sagt ihr einer? Wie so ne kleine Schwuchtel. Na, du bist ne Schwuchtel, ey. Weißt du, wer noch ne Schwuchtel ist? Wie du. Deine Mann. Spassi. Nein, wollte ich ja nicht haben. Kriegst du mich? Gibt hier keinen Freifahrtschein. Doch, klar. Klar. Ich hab voll Hunger gemacht. Schon hier? Klar. Du bist doch echt. Ich hab gelitten lassen. Weil ich warst weg. Halt die Fresse, Junge. Weil ich geh und dann könnte das Spiel alleine spielen. Willst du knüpfen? Nein. Willst du knüpfen? Komm her. Ich hab gar keinen Knopf gedrückt. Ich hab voll reingeknüpft. Ich hab trotzdem einen. Wo bist du? Ach so. Ich greif die ganze Zeit an den Typen da an. Sondern bist du. Das bin ich ja. Das bin ich ja. Geht ruhig wieder raus. Es ist ja nur ein Leben. Ist ja gar nicht wichtig. Und gar nicht interessant. Dein Leben ist nicht interessant. Junge. Fuck. Ey, mach das jetzt, Alter. Was tun wir denn für Probleme? Was willst du jetzt? Hast du gelernt? Was verreckst du von Kokosnüssen? Du kannst. Jo, rein aufm Kopf gekriegt. Hör, ein Kokosnüssen aufm Kopf gekriegt. Bam, bam. Oh, ich will dich haben. Nicht töten, bitte. Töten. Ich hab mich wie umsonst umgebracht. Danke. Bisschen Arsch. Komm, wir kriegst gleich den nächsten. Los. Los. Hol'n dir Gita. Gita. Na, jetzt. Isst du doch noch n' Knufen hier. Pfff. Oh, du bist n' Ah. Jetzt können wir nicht mal knufen. Jetzt können wir nicht mal knufen. Ja, man kann nicht wie viel immer knufen. Nur wenn man gerade frisch gegessen hat. Komm, ich laufe, Alter. Bisschen wie du. Mit den beiden Haaren. Bist du ein Idiot? Guck mal. Verreckst du mal, du Blöder. Du warst starrt. Was soll ich haben? Warum töt' ich die immer, Mann? Wie du doof bist. Ach, ich bin Hauptschüler. Kann ich auch nix tun. Immer diese böse Vorurteile. Und jetzt stürme ich zum dritten Mal schon dieses Blöde. Ich will das Schwert haben, bitte. Das will ich haben. Scheiße. Nein. 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 Du bist so. Ja, ich weiß. Oh, nicht. Die ist schon wieder auf. Okay, ich nimm den jetzt. Nimm ruhig den, der von mich eigentlich gedacht ist. Unterrücksen. Bomben. Jetzt bist du gestorben. Wegen den. Ein Hit. Und auch bei den. Und auch bei den. Und auch bei den. Das ist keine Ahnung. Komm, nimm das Schwert. Und die Bombe. Ja, genau. Aber nur nicht nehmen. Dann nimm ich das Schwert. Warte. Also ich hab jetzt getötet. Sag mir, wegen dir. Du bist kacke. Das war rekkig wegen dir. Nimm, mach die Bombe. Die sieht so doof aus. To of Kite. Und die sterben gerade. Ja, einfach mal so. Suizidmäßig. Ich leb noch. Was? Das ist ja schon gestorben. Das kann eigentlich sein. Guuu. Ja. Guuu. Guuu. Guten Tag. Nee. Oh, ich lebe hier. Willst du schlettern? Ja, ja. Komm, wir werden jetzt auf jeden Fall immer schön zusammenarbeiten, okay? Wollte ich grad töten. War hier nur ein Chef. Sowieso der Beste. Was ist da nochmal? Ey, da konnten wir essen. Könnten wir knufen? Ja. Ich will den Spiegel haben, warte. Ich bin der Kacke jetzt, aber ich will den trotzdem haben. Ist du? Vivi in der Haus. In der Haus. Auf Creep. Das ist... Schlimms. Nein. Geht doch. Ach ja. Eine Schweigeminute. Für wen? Für mich. Warum? Ich hab's schon jetzt zum wiederholten Male gesehen hab. Ach, das ist dann nicht so schlimm. Für mich nicht knufle. Nein. Ja, aber nicht, wenn du nicht volle Leben haben willst. Nein. Oh Gott. Knuf mich. Los. Jetzt kann ich doch nicht mehr knufen. Mir egal. Pfff. 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 Ach, egal. Der ist sowieso jetzt so ein richtiger Nubi. Zack. Du lässt einen Schlagchen geben mit meinen Aufspaltungsfähigkeiten. Und deinem Papa. See Mirror. Boah. Das trotzdem versuchen bei den einen da alle Schätze zu finden. Schön hundertprozentig Alter. Was willst du zu leben? Ich brauch nie. Du mein. Das passiert, ich will dich ja auflade. Ah nix. Cool. Das ist das Knuf-Essen holen. Ja, hol doch. Aber du musst mitkommen. Das kann ich nicht. Jetzt komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Mmh. Mh, lecker Eis. Geil. Oh! Vorgelutschtes Eis. In die Fresse mit. Damit auch jeder Opa essen kann. Fack. Maxi-Tomate? Ach, ich kann mich da nicht holen. Eine Maxi-Tomate, die ein Apfel ist. Nuch fisch. Mh. Sehr nice. Hah, ha, ha, ha. Hahaha, Opfer. War das der, was es ist? Hahaha. Wann ein Opfer. Okay. Das ist heute auch noch nicht passiert. jetzt kommt diese schwule wolke wieder mit auge mit wolke so und fett er will eine revenge bringt das ihnen denn dass er eine wolke um sie drum hat keine ahnung er hat auch stacheln dazu jetzt hat er ja nicht er hat das runde klopse um sich und jetzt guck mal wie krass du tanzen du guckle 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 wird auch so coole themen in anderen parts ohne ja vor allen dingen jack frost und so ja wo du geheult hast 15 jahre auf der welt älter als du lachs nacken schlitz schlitz der kann gar nichts kann gar nichts einfach nur button smaschen ist das hier nicht bewegen und einfach draufklauen ich will mir ganze so eine attacke machen oder ich bin ich nicht hin alter brauche ich schon wieder ne ne da kommt was es ist wie professionell wir heute sind und aus dem ring rausgeboxt zum dritten mal sehen das eigentlich wenn der bildschirm schwarz wird nein ich habe die ganze weiter x gedrückt also langsam wird es doch ein bisschen anstrengend so wir haben das auch noch gespielt der erste mal davon dünner bleibt aber ich habe nicht schon Bock auf dünner ich nicht ich hatte schon eine dünnerpizza stimmt mit hollandass bestellt euch auch das ist lecker das ist lecker ich bin schon wieder nicht da das war nicht schlimm das ist die wolke des todes dies wird ein einzeln let's play das hast du gerade schon ich weiß ich möchte es noch mal wiederholen das war kibbel jetzt kibbel links aus holland die sind lecker weißt du wer die auch kennen meine ich habe mich umgebracht du sie umgebracht lachs ich bin auch dabei ein wobei wir haben gemacht ich schon wieder die armen passanten getötet die 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 und das bild von dem doch wie ein kleiner spacko so so wie du so wie du so wie du hast du wieder eine pizza geschmückt ne nein warum ich Hunger hab jetzt hast du doch wieder Hunger ja irgendwie schon aber irgendwie und nicht bist du ein die ach du bist ein die ich bin warum rennt es eigentlich nur hinter mir her du fauler sein synchron was mache ich da mit festhalten voll weggespritzt mach ihn da auch krass was das denn für attacke passanten greifen kann ich keine frau sind sie ein samurai schlitzer und das mal gleich gehen wir erst mal in die andere genau das war die will ich ja greifen ich wollte noch nicht was wir auch nicht mal meine mama was was um die bombe welche nach jetzt die bombe und zwar jetzt dreimal hintereinander und mix euch überhaupt hast du gesehen? Final Cutter? ja ja, Final Countdown knuuuuuuuuff ich würde nicht sagen ist schon okay, ist schon okay ok dann geh wir jetzt mal hier rein wutz gucken wir erst rauskommen oh, ein Schwert ich wills auch haben stimmt, kannst du ja auch holen warte eben geh auch nicht rein knuuuuuuff ich kann nicht nur scheiße, ich dachte ich du bist gemein wieso hast du den noch? ja, du wolltest, dass ich den nicht bekomme ach komm, das machen wir doch so unterfreunden sich ein wenig mecken wir knufen uns ja stimmt was soll immer knufen bedeutet hier und das ist komisch in Deutschland du bist nicht! du ff! das ist spät da ist einer unsterblich wollte ich doch für dich ich erinnere dich ja wie soll man die Bombe? die Bombe bist du? hier in kaum schwer den Stein machen Ja, so. Warte, ah, den komm ich noch nicht bei. Knuf den. Den will ich haben. Dann knuf den. Warte, warte mal. Oh, das machst du Spaß. Weh, der Part ist diesmal wieder nicht aufgegangen. Ja. Dann schlag ich dich. Und meine Mama. Komm mir, ich knuf dich. Volle Leben. Oh, ich hab alles genommen. Egal. Egal, knuf ist knuf. Schlitz. Würdest du mal aufhören, bitte immer weiter vorweg zu rennen? Du spoilerst ja hier nur. Haha, tröppel. Ach, ich muss nicht rein. Ab gehts. Oh, wie war ich das denn? Kommst du erst mal? Siehste, das wurde. Nein. Das war Full Healer. Ach, der Koch. Wutsch, wutsch, watsch du. Kleiner. Das gleiche wie diesen komischen Klopper oder was auch immer. Willst du den Namen? Ja. Gern mit den Namen. Oh. Nein. Nimm, 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 nimm. Wie gemein, ich bin nicht mit meiner Fähigkeit oder? Stimmt ja. Oh jetzt hier. Nein. Nein. Scheiße. F to the A. F to the A, ja. Sieben ist auch gut. Ja. Ja. Komm, ein Level machen wir noch, weil es so Spaß macht. Noch eins. Ja, noch eins. Okay. In den Regenschirmann. Ah, hier, hier ist wieder Bleint für dich, ne? Ja, noch nie. Für dich ist auch Bleint. Nein, ich hab das schon mal geführt. Quatsch. Wirklich, lange her. Nein, wirklich. Quatsch. Oh. Down ist das. Na, geh mal rein. Ich glaub das ist ne Falle. Komm nur, geh mal rein, dann geh mal glaub ich. Komm ich nur Gegner, glaub ich. Ja. Siehst du, ich kenn das wohl. Quatsch nicht. Ich hab noch nix drauf hier. Das ist eigentlich dieses EN, was da unten steht. EN? Enemy. Achso. Der sieht aus wie Metal Sonic. Das hat's jetzt nicht gebracht. Das ist auch nur ne Falle sein, verstehe ich? Wir haben noch nicht mal Erfahrungspunkte bekommen. So diskriminierend. Warte, hier rein. So, hier rein. Mach ich jetzt noch. Äh. Ach, schlitz. Hier hin und dann. Ja, das ist jetzt eine Falle. Nein, ja. Wir mich haben. Brrrr. 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 Okay, warte, können wir hier hinten lang? Kann das sein? Wie schwul ist der denn mit? Ey, das ist cool. Da kann sich denn wenn den Wände festhalten. Und Griffe machen aus- ääh, oh! Letzt Battle von Melee sollten wir auch mal machen. Ich brauch schnell einen Warte, niemand töten. Ach hier, warte, da ist ein Mirror, komm mir hier hin. Ich nehm ihn wohl. Komm mal, wirklich da dran. Jetzt gehst du zurück, 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 zurück. Wie willst du, was passiert, wenn ich das kaputt mache? Geheimgang? Wie goofy. Deiner! 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 Werde ich jetzt gedrückt? Ich. Beide. Zack, Geheimgang, ersten. Kann ich so schwer, 100%, kriegen wir schon hin. Quatsch, nicht. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Weißt du, wer da keine Ahnung hat? Du. Wenn ich, wer ist hier der Grüße? Und du nicht. Na, oh, danke schön. Oh, Ninja. Willst du es nicht essen? Ja, aber jetzt ganz schnell. Ja, ich hab doch schon die gegeben. Nein! Bin ich da? So, Letzt Knuff. Letzt Knuff. So werde ich das nennen, Letzt Knuff. Nein. Jetzt Knuff, du lieber. Danke. Bitte. Ey, ich will den behalten, den Ninja. Super. Uuuuh. Den habe ich wegen diesem Ninja verloren, der war so cool. Aber du bist jetzt ein Bombenkerl. Und ich habe wieder volle Leben. Yeah. Oh, das ist Scrawling Level. Ich hasse Scrawling Level. Wer bist du denn? Du musst dir einen Weg für mich holen. Ne, ich will den überlegen, lass einfach dein nächstes Leben. Lauf nicht so schnell vor. Ich hab doch gerade noch... Ich hab doch gerade noch... Felspalme. Du bist gestorben. Okay, komm. Gaaah. Nenn Snacks jetzt. Warum? Damit du auch Fähigkeit hast. Ich bin irgendwie weit weg. Ach. Lauf nicht schnell weit Kochschüsse. Ja, darum sollst du ja nicht so vorlaufen. Dein Kopf soll nicht vorlaufen. Ja, immer schon was Level warten. Level auch nicht mehr als Jüngste. Bestimmt älter als wir. Nee, glaube ich nicht. Weiß nicht. Nein, 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 ich will nicht knuffeln. Ich auch nicht. Koch. Ja, ne, na, ja. Ach, ja, ja. Was jetzt? Müssen durch. Da gibt's auch bestimmt geiles, da gibt's auch bestimmt geiles. Nee, ne, 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 ne warfstern. Boah, ne, ne warfstern. Boah, ne, das ganze Schloss an. Machen. der ist aber cool komisch genau so komisch cool oder cool um euch haben es auch wir reiten können wenn du wenn ich jetzt nur mit dazu auf mich auf mir reiten könnte es klasse es knufen und dann auch noch reiten da kommt bestimmt jetzt noch einer wer ist er denn gewesen das war so zusammen jetzt gehst du auch nicht drauf dann springen ich hab dich erst mal genug du kannst auch schießen jetzt sind wir das richtige tag-team-race hier ich kann nicht schließen jetzt kurz mal ich kann ja neben auch ich habe gar kein spaß nämlich die kanzler die fähigkeit auf der nächste gegner der kommt dann nicht die kundin wenn du da stehst was es mir in den nächsten prüfen ich bin der herrn er mich für mich mit dem kundin die kundin sie weiter ich glaube hier runter woanders noch was darauf box darauf stürmer Nein, verdammt. Oh. Geh mal rein. Ja, geht heißen, ne? Oh, ja, drei Leben. Oh, alles meins. Sieben Leben. Genau, gebrauchte Drecksort. Du kannst mich mal verknüpfen. Du bist so ein Pimmel. Hä? Komm. Oh, jetzt komm. Oh, oh, oh. Was? Da fliege ich. Warum bin ich denn da liegen geblieben? Weil du nicht so krass bist wie ich. Nochmal drei Leben. Also mit Leben geil sind die hier echt nicht, ne? Deine Mama ist krass. Was? Das einzigste Tier, was hier schneit, ist Mama. Wait, lass mal auf das E gehen eben noch. Oh, was ist das? E machen wir noch eben, ne? Was ist E? Keine Ahnung. Mach hier so'n Typie. E wie... Was ist jetzt los? Der hat gar keine Chance gegen uns. Und... Wir haben gewonnen. Ja, das war's. Tschüss Leute. Ja, äh... Ach, was? Darf ich nicht sagen? Bangladesch. Ja, ähm... Bis bald, Rian. Jo, haut rein. Jo. Jo. Jo.